Ja, liebe Leser, im Bundestagswahlkampf 2017 ist der Haustürwahlkampf der ganz große Hit bei den Parteien. SPD und CDU setzen sehr stark darauf, in ihren Gebieten und Wahlbezirken, wo sie eh stark sind, noch einmal die Leute aufzusuchen, um sie zu mobilisieren. Deswegen haben wir uns den Wahlkreis Herford-Minnen-Lübecke II angeguckt, mit dem Kreis Herford und der Stadt Bad Oeynhausen. Da waren wir mit Stefan Schwarze von der SPD in Bünde unterwegs und mit Tim Ostermann von der CDU in Bad Oeynhausen. Und es war wirklich unheimlich spannend. Das Wetter war jetzt in Bünde nicht so schön, aber in Bad Oeynhausen war es dafür schöner. Und wir haben gemerkt, wie gut die Politiker das einerseits machen und andererseits, welche Themen im Wahlkampf eigentlich auch gar nicht vorkommen, worauf die Politiker angesprochen werden. Und ich hoffe, Sie haben viel Freude an der Reportage am Mittwoch im Westfalenblatt in der Zeitung.